hallo und willkommen zurück zu mount and blade warband wieder einmal sind wir dabei eine stadt zu verteidigen das heißt wir haben sie verteidigt ein paar freunde sind dazu gestoßen wollten uns helfen kam aber ein tick zu spät alles nicht so schlimm was wir jetzt aber ein problem haben ist die stadt ist so gut wie leer wir haben noch 21 soldaten drin stehen die meisten verletzt die hälfte ungefähr fast und die andere hälfte der soldaten nehmen wir mit und versuchen sie wieder zu einer richtigen armee aufzustocken ich hoffe auch das klappt aber wir rekrutieren mal beim feind war den und sultanat dass die können sich ruhig ein bisschen kabbeln das stört mich weniger wie gesagt das größere problem dass ich aktuell habe und bei uns hier sehe ist dass wir keine soldaten haben und wir können nicht unbedingt direkt das feind feindes land reiten und da unsere soldaten auf zwischen hier das geht schon das ist nicht so gut direkt im feindes land hat er schrocken dabei war es einer von uns also wir sind nicht direkt im feindes land sondern nur gerade in den grenzgebieten und die stadt ist uns das dorf hier ist uns sehr sehr wohlgesonnen also von daher können wir uns das erlauben da mal hinzugehen und zu sagen hallo wer möchte mit uns kämpfen weniger erfolgreich sind wir bei städten die uns sehr gleichgültig gegenüberstehen oder städte wie die halt eben wahrscheinlich noch kaum bevölkerung haben wie das hier ich bin mal gespannt wie viele gute soldaten gut werden sie erst später aber so daten wir eigentlich jetzt rekrutieren können vor allem da wir halt machen wir da ein kleines bäuschen jawoll futterkorb käse gute sachen die haben schon ewig nicht mehr gehabt käse nicht fruchtkorb nicht trauben sind auch günstig nehmen wir auch mit jetzt ist hat noch die frage wie wir es schaffen dass unsere unsere truppe besser wird erst mal wissen wir alle ausheilen die ausbilden ja super sieben stück und wenn wir die ausgeheilt haben die ausbildenden können wir noch mehr truppen ausbilden das geht dann alles ein bisschen zügiger pro tag was ich meine ist die sind alle verletzt die sind alle gar momentan arbeitsfall oder arbeitsscheu und die rekruten die müssen erst mal gucken wie sie besser werden das muss ein karl jetzt glaube ich noch alleine alles bewältigen also was erweist sich immer als etwas schwierig ich weiß gar nicht ist das dorf uns eigentlich noch wohlgesonnen oder sind wir den er gleichgültig habe ich nicht mehr so im kopf was geht so zumindest können wir den ein oder anderen doch noch rekrutieren da oben ist ruhe im dorf das nutzen wir gleich aus und halt fernkämpfer habe ich mit sicherheit nicht genug fußgänger unten dankeschön das sind 17 20 stück 20 fernkämpfer ist eigentlich nicht viel so einzeln einzeln nehme ich den ja unser rom alt uns voraus und er möchte uns doch gerne mal in der schlacht begegnen blablabla wir werden den kampf versuchen zahlenmäßig sind wir zwar ganz knapp unterlegen aber ausbildungstechnisch wir machen die unsere grundaufstellung wieder infanterie nach vorne kavallerie nach vorne umschützen der zweiten reihe oh backe kein gutes wetter für bogenschützen na was ich habe das belagungsanlust ah ja stimmt ich habe vergessen zu wechseln mal wieder so so guppa rochel nachladen und den nächsten ergern jawohl weiter so jeder schaden den wir jetzt machen brauchen unsere daten nachher nicht zu machen das ist einfachste mathematik und jetzt geht es los ich schicke auch gleich unsere kavallerie vor also viele leichte truppen die er hat der gegner alles machbar man sieht es auch in den erfahrungspunkten kaum höher als die schadenspunkte die man austeilt aber jeder streich zählt ja sehr schön leute haben wir im griff super es hat er sehr gut gemacht er bis auf die drei die sich haben ablegen lassen ja also nur zwei weitere nochmal nach und nachernennen und das ganze nochmal aufwerten ok ein paar trauben nach oben legen dann können wir wieder plündergut einsammeln wirklich steine im ernst ich glaube ja dass diese leute gleich bei mir in der in war gott auftauchen wollen um stress zu machen mit etwas glück können wir das das war klar könnten wir das vielleicht verhindern aber das sind zu viele gut wenn wir sagen noch mal schnell ausbeuten und aus aus rauben was die soldaten angeht hier ganz schnell mal reinlaufen gucken ob ja sind wieder welche dabei jedermann zählt jedermann ist wichtig und dann schaue ich nach oben nach ob da irgendein interessanter mensch rum steht mit dem es zu plaudern lohnt nein eigentlich nicht so das hat keinen sinn die leute drin zu lassen die würden die verteidigung ja nicht machen oder nicht schaffen dann habe ich sie doch lieber dabei und spare mir noch ein bisschen rekrutierung ja das sind zu viele ja das habe ich mir gedacht dass die die stadt belagern vielleicht kann ich ja in kur auf jetzt wieder stress schieben das wäre vielleicht eine idee in der zeit ist ja relativ viel feind gebunden wenn er immer zwischen zwei städten hin und her tingeln muss genauso wie ich aber ich bin ja eigentlich nur einer und die kommen dann mit dem ganzen tross immer hin und her gezockelt das könnte sich lohnen dann könnte irgendwann mal unsere truppen könnte man sich vielleicht irgendwann mal dazu bereit erklären sich zu sammeln und dann auch die eine oder andere verteidigung oder in ein oder anderen angriff zu starten das ist schnell so schnell wie möglich jedes mal die rekrutierten leute auf den neuesten stand bringen also den höchsten ausbildungsstand das war klar widerspenstige leute weil wenn man den besten also ich weiß sagen wollte was ja wenn wir den besten stand mit den leuten haben haben wir halt eben eine höhere chance zu gewinnen und das ist viel viele bogenschützenveteranen 74 leute und meine leute sind noch nicht sehr gut ausgebildet jedenfalls die meisten können wir leider nicht machen das spiel vielleicht kann ich den da hinten ärgern patrouilliert patrouilliert sieht mir eher so aus als wäre er auf der flucht von mir und das ist er auch ja leider kriege ich keine weiteren soldaten dazu ja da meckert jemand dass wir es nicht geschafft haben also der baumeister meckert dass wir es nicht geschafft haben uns rechtzeitig zu einem zum truppen sammeln einzufinden tut mir ja auch leid aber ich hatte wichtiges zu tun wie unsere städte zu verteidigen und zu flüchten deserteure wegebogen schützen ist es uns das wert ich glaube mal ja wenn ich jetzt den feind angreife kriege ich da den ein oder anderen erfahrungspunkt und vielleicht reicht es sogar für ancaria die nächste stufe zu erreichen so er nennt sich jetzt in einem sein sich und seine bande freien brüder und die wollen mein geld haben ich bin aber nicht dafür und lehre sie was es heißt wenn man einfach so die armee verlässt wo man doch einen vertrag geschlossen hat dummer junge so einmal schnell die anbrust tauschen ich denke ich gleich dran ist gleich nochmal zurück tauschen so ich ruf sie alle mal zu mir so ein bisschen meiner nähe aufhalten wenn wir kämpfen und jetzt können sie angreifen weil sie zu große verluste fahren weil sie zu viel schießen können ja gut fehlerfangspunkte mache ich so nicht das ist klar das funktioniert auch nicht mit dem zielen da bin ich recht schlecht na komm 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 und ja getroffen von den nötigen 2000 erfahrungspunkten sind wir noch ein gutes stück weg aber immerhin habe ich ein paar gemacht und ich hoffe ja auch immer noch dass ich irgendwie aus dem gesamtpool den ein oder anderen erfahrungspunk mitkriege das ist gut wir können alle mitnehmen wir haben jetzt gleich wieder eine richtige armee ok viel besser sehr viel besser jetzt noch ein bisschen ausrüstung können wir da bestimmt irgendwo eintauschen aber unbewusst war es eine gute entscheidung stelle ich gerade fest haben wir nämlich wieder eine richtig schlagkräftige truppe naja zumindest von der stückzahl her ja er hat noch ein paar armbrustschützen sperrwerfer das ist jetzt nicht die welt und der feind ist auch nicht so schwach aber er flüchtet also nutzen wir das und wir sind ein gutes stück schneller als er im ernst jetzt ja der ist ziemlich begeistert von uns stelle ich auch gerade fest aber kann jetzt nicht mal das fälle über die ohren ziehen denn unser könig hat gerade gemeint er müsste den frieden schließen ich bin kein ausbilder für euch nein lass es sein vor allem nicht für den für die konkurrenz sozusagen sämtliche ländereien die ich hier irgendwann mal erobert hatte sind jetzt schon wieder abgegeben worden ausermangelung an unterstützung der eigenen leute die mich sowas ärgert der musste ich jetzt auch erstmal gerade befördert haben das habe ich nicht mitgekriegt konstrukteur und was lernt er noch am besten ausbildung ausbildung ist das a und o bei der mannschaft hier das war eine das war nicht ganz richtig an also an das war nicht genau gar nicht genau Es gibt zwar aktuell Frieden, aber ich muss mich hier nicht unbedingt dran halten. Es ist zwar ein sehr schurkenhaftes Verhalten, wenn man einfach eine neutrale oder befreundete Stadt angreift. Also hauptsächlich wäre es jetzt neutrale. Und das hatte ich mit Saigot schon mal gemacht. Hm. Ich glaube, ich werde als allererstes meine Ressourcen aufstocken. Da ich ja jetzt nur 70 Soldaten habe von potenziell 100. Hm. Na, zurück. Gut. Ja, wir werden erstmal so ein bisschen rekrutieren, ausbilden, rekrutieren, ausbilden. Und danach suchen wir wieder Streit mit Saargold. Nein, wir suchen jetzt Streit mit Saargold. Bei der geringen Personalzahl kann ich nicht widerstehen. Rindesänger. Den können wir auch bald auf unsere Seite ziehen, indem wir ihn wieder kaufen. Das verlieren wir dann wieder, indem wir die Stadt angreifen. Ah, wie ärgerlich. Das ist ja so ärgerlich mit dieser Stadt, dass wir die doch verloren hatten am Schluss. Fisch habe ich noch. Ah, nehmen wir einfach noch einen mit. Zum Verzweifeln. Aber ich werde jetzt einfach erstmal voll rekrutieren, vollständig ausbilden und vielleicht noch den ein oder anderen Zweig an Verbrechern fangen. Und wenn ich damit durch bin, werde ich wieder mal bei den Nord auftauchen und einen persönlichen Krieg anfangen. Ja, wenn Braven nicht so stark bewacht wäre, würde ich das in unsere Reihen eingliedern. Wäre vielleicht sogar viel sinnvoller, weil es relativ dicht am eigenen Reich liegt und damit eine gewisse Verteidigung gewährleistet wird. Theoretisch macht es Sinn. Na, mal schnell schauen. Buchhändler, was hast du für mich zum Lesen dabei? Grundbehandlung ist jetzt nicht ganz interessant. Weiß ich gerade nicht, für was das ist. Das würde uns die Intelligenz steigern. Das würde unsere Handelsfähigkeit steigern. Das würde Konstruktionspunkte verteilen. Kunst des Schwertkampfes wird wahrscheinlich Einhandkampf oder sowas verbessern. Tauschen wir mal erstmal die Armbrust und... Ich nehme mal das Buch hier mit. So. Schön, schön. Auf dem Markt gibt es hier vielleicht noch irgendwas. Ja, gibt es. Kohl habe ich aber noch. Käse. Käse geht zur Neiger. Das nehme ich mal mit. So, und jetzt zeige ich was Neues. Das haben wir noch nicht gehabt. Ich kann ins Lager gehen. Hier unten gibt es das Lager. Machen wir jetzt mal ein bisschen im Feld. So. Würden wir ein Lager aufschlagen. Dann können wir eine Aktion vornehmen. Ich könnte jetzt aus meinen gefangenen Truppen kurzzeitig neue eigene Truppen machen. Die würden dann aber nach einer gewissen Zeit sozusagen damit ihre Freiheit verdienen. Und würden dann nach Hause gehen. Wenn sie dann ein paar Tage, glaube ich, mit mir geritten sind. Ich könnte ein Buch lesen. Und das ist vielleicht das ganz Interessante, weil je mehr Bücher ich habe, umso mehr kann ich lesen. Und nach jedem gelesenen Buch steigert sich ein Wert. In diesem Fall bin ich mir recht sicher, dass es dann ein Attributwert steigert, nämlich Intelligenz. Andere Bücher steigern, die Fähigkeiten im Kampf oder die Fertigkeiten. Kann man meistens so ein bisschen erraten, wenn der Text da steht. Also, wenn er zum Beispiel irgendwas von Konstruktionen steht, kann man seine Konstruktionsfertigkeit steigern. Oder wenn da der Bericht bzw. die Unterhaltung über... Oder anders. Wenn er jetzt zum Beispiel steht, es wird über den Wert von Dingen geschrieben. Dann geht man davon aus, es wird halt eben der finanzielle Wert gemeint. Und wird man das lesen, würde man besser handeln können. Weil man einfach eher abschätzen kann, was was wert ist und könnte dementsprechend den Gegenüber weiter herunterhandeln. Beziehungsweise ihm klar machen, dass man doch die beste Ware hat und besser verkauft. Ist für uns jetzt zwar interessant, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt das Geld auch investieren möchte. Weil hauptsächlich verdienen wir jetzt unser Geld durch unsere Produktionsstätten. Und das sollte auch erstmal so bleiben. Weil den Handel möchte ich jetzt eigentlich nicht aufgeben. Aber, oh, ich bin ja sogar voll. Ich brauche schon gar keine Soldaten mehr anzuwärmen. Aber den möchte ich doch eher zurückstellen. Ja, wenn ich jetzt weiter handle, das ist immer so ein bisschen langweilig meistens für Leute, die halt keinen Gefallen an diesen Handelssachen haben. Und wir wollen ja doch ein bisschen Action mehr reinkriegen. Und wir wollen unsere guten Einkalier die Möglichkeit geben, sich im Anführertum zu beweisen. Ich will mich ja gerade noch schnell durchzählen, wie viele Fernkämpfer ich habe. Das sind 13, 14, 15, 30, 31, 33, 35. Der hier wird nochmal 36. Geht auch gleich da hoch. Und unsere ganzen Nordrekruten werden Fußsoldaten. Genau. Fußsoldaten. Dann können wir... Hey, da fällt mir ein, wir können sie auch mal in unserem Dorf sehen lassen. Da möchte ich doch auch mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht kann ich da das nächste ausbauen. Einkalia wird jetzt natürlich in jeder freien Minute, die sie hat, dieses angegebene Buch lesen. Das heißt, wenn sie jetzt durch die Gegend reitet, hat sie nicht wirklich frei. In der Zeit kann sie das Buch nicht lesen. Allerdings, wenn sie zum Beispiel bei einer Belagerung ist, dann muss ja das Personal sozusagen die Arbeit machen. Und Einkalia kann sich dann zurücklegen und beobachten, wie ihre Leitern wachsen und die Belagerungstürme errichtet werden und so weiter. Und kann zwischendurch halt auch mal einen Blick ins Buch werfen. Und sobald sie es geschafft hat, das ganze Buch zu lesen, genau dann wird sie diesen... Kriegen wir eine Nachricht, das Buch ist zu Ende gelesen. Wir können die Fertigkeit freischalten. Oder die Fertigkeit ist dann freigeschaltet. Also eins erhöht oder der ist Attributwert, je nachdem. Und sobald das soweit ist, dass der Attributwert erhöht wird, können wir dann auch das Buch verkaufen. Dann brauchen wir es nicht mehr aufzuheben. Also von daher eine ganz feine Sache. Kaufen, lesen, verkaufen. Den Attributwert können wir dann aber nicht nochmal mit einem weiteren Buch steigern. Also auch wenn man das Buch zum zweiten, zum dritten Mal kaufen würde, kennt man ja schon alles, würde also nichts mehr bringen. Und alle weiteren Steigerungen müsste man sich über die Attribute wieder erarbeiten. Oder über die Charakterstufen. Deshalb ist es eigentlich immer etwas ratsamer, die Bücher erst später zu kaufen und nicht am Anfang. So, wir haben einen neuen Marschall, den Gerlux. Ach, Sultanat, ich dachte schon, wer prügelt sich denn da schon wieder in unserem Land? Aber es ist ja nicht ganz unser Land. Also alles gut. Keine Probleme. Ja, unser Scout war mal wieder schlecht, der hat den Fluss nicht gesehen oder nicht gekannt. Deshalb muss er einen kleinen Bogen reiten. Anstatt gleich hier geradeaus runter und dann zu unserem Dorf zu reiten. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Alles im grünen Bereich. Haben auch alles unter Kontrolle. Verwalten wir mal das Dorf. Okay, unser Dorf braucht noch 25 Tage, um die Mühle fertigzustellen. Und sie haben teures Salz. Hm, okay. Ja, wie wir jetzt weitermachen, muss ich mir auch erstmal überlegen. Aber das sehen wir dann auch gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.